hallo hier ist michael von mygim tutorial channel in diesem tutorial möchte ich zeigen wie man landschaftsfotos mit luminanz masken verbessern kann dazu habe ich hier diese vorlage gerichtet die findet ihr wie immer in der beschreibung des videos damit ihr das nachbauen könnt ja es gibt verschiedene möglichkeiten verschiedene wege mit luminanz masken zu arbeiten ich habe schon das ein oder andere luminanz masken tutorial auf meinem kanal gemacht schaut doch da mal hin er geht einfach auf videos klappt die auf und gold nach unten da werdet ihr sicher was finden leuchtkraft masken beispielsweise und ja okay also ich werde heute eine methode nehmen die relativ einfach ist und zwar werden wir chimic gebrauchen das zeige ich dann gleich gut jetzt haben wir hier dieses foto und das möchte ich kann ein bisschen in form gerne ein bisschen in form bringen hier ich gehe mal hier auf bild skalieren und ich möchte es also mindestens in der breite auf 1920 haben ja allerdings gehe ich vorher hin um bei der skalierung weniger verluste zu haben und gehe auf 16 bit ganz tag aber und jetzt gehe ich auf das bild bild skalieren 1920 x 1440 hat es dann und ich möchte aber auf 1920 x 1080 haben und deshalb werde ich das jetzt hier mit diesem zuschneide werkzeug noch ein bisschen zuschneiden und da ziehen wir uns hier einfach eine auswahl das war schauen das ist geschmackssache ich mache das jetzt schnell dem einen wird es gefallen dem anderen nicht das ist wie gesagt eine geschmackssache aber ich finde es ganz gut zugeschnitten und wir werden jetzt hier unten einfach auf 67 prozent gehen damit wir eine gescheite größe haben zum arbeiten gut ich dupliziere die ebene hier 1 2 3 4 mal schaltet die untere ebene aus und schaltet die beiden oberen ebnen aus und markiere die dritte ebene von oben entschuldigung nun kommen diese luminanz masken ins spiel dazu wenn wir die mich brauchen also wir gehen auf die mich rufen die mich auf gehen hier unten auf lights and shadows und hier unten slice luminosity das ist relativ neuer filter und ihr seht wenn man das ja mal verschiedene bereiche mir sagt er hier für die schatten für die mitten für die also für die highlights ja die highlights in den mitten und für die highlights insgesamt ja so und ich lasse das jetzt erstmal so standardmäßig stehen ihr seht wir haben hier schieber da können wir kontraste und so weiter verändern beziehungsweise das was wir in die luminanz maske hinein geben wollen dementsprechend verbessern herausholen und so weiter aber das sehen wir gleich also ich werde jetzt einfach hier hingehen lasst es mal so stehen wie es ist und gehe mal auf ok so jetzt hat mir ja dieses jimic diese luminanz maske gemacht ja und hier ist nur eben die gicht hier vorne und so weiter ein bisschen wellen und so ist da drin das mache ich folgendes jetzt gehe ich hin rechte maustaste auswahl aus alpha kanal rechte maustaste ebenen maske hinzufügen aus der auswahl ok auswahl nichts jetzt halte ich die nächste ebene oben zu gehe wieder zurück auf die mic und jetzt werde ich mal schauen inwieweit ich hier bei den mitten da noch was verändern kann man sieht jetzt kommt es hier der hintergrund ein bisschen besser raus und schon haben wir hier mehr diesen himmel dieses orange die sonne haben ein bisschen ja mal schauen wir mal dass man da ein bisschen mehr zu von dieser geschichte leicht so ein bisschen leicht so und bestätigen mit ok jetzt macht er natürlich wieder das gleiche also muss ich hier rechte maustaste auswahl aus alpha kanal und ebenen maske hinzufügen aus der auswahl ok auswahl nichts so den hier den kollegen diese ebene brauchen jetzt nicht mehr gehen wir einfach hin und werden diese ebene löschen und zum schluss werde ich hier oben die dritte ebene nehmen also die oberste ebene sozusagen und werde jetzt hier mal alles zurück setzen und schau mal wie das hier bei den highlights aussieht bei den mitten highlights mal hier hin also jetzt müssen wir erst mal aktivieren ja und ja auch so ein bisschen hier nachziehen da haben wir ein bisschen mehr wasser das ist mir wichtig und ja ich würde sagen lassen wir es mal so das ist also geschmackssache das müsst ihr testen ja wie was wo am schönsten ist für euch bei eurem bild dass ihr gerade mit luminanz masken bearbeiten wollt ist ja auch immer unterschiedlich ob der jetzt hier irgendwie tal mit bergen habt oder sonst irgendwas auswahl aus dem kanal rechte maustaste ebenen maske hinzufügen aus der auswahl und jetzt machen wir auswahl nichts und jetzt werde ich hier die untere ebene löschen so jetzt haben wir diese drei ebnen mit denen wir arbeiten können wir müssen natürlich hier vorne immer dieser ja diese ebnen wo wir eben unser originalbild haben aktivieren sonst wird es nichts wenn wir hier arbeiten wirklich kann zum beispiel jetzt hier einfach hingehen gehe auf farben beispielsweise kurven und wenn ich jetzt hier die kurve bewege und dann seht ihr schon dann ist das was wir eben in der auswahl alt mit diesem luminanz leiser oder slice luminanz herausgeholt haben steht dann zur bearbeitung ja gehen wir hingehen einfach mal auf farbton sättigung und da können wir natürlich dementsprechend die sättigung anpassen ihr habt es gesehen ein bisschen ja kann ich helligkeit hinzugeben kann es wieder rausnehmen kann den farbton verbessern verändern ja ein bisschen viel ich zeige das jetzt hier nur ja also was ihr da machen könnt wichtig ist dass ihr mit farbton sättigung arbeitet und mit werten oder kurven oder wie auch immer oder farbtemperatur mit der farbtemperatur das habe ich jetzt noch nicht getestet aber das kann ich mal probieren und mal schauen ob sich da was tut also da muss kann man auch veränderungen vornehmen in der farbgebung und so weiter man kann natürlich hingehen kann die kontraste verbessern verändern über diesen schieber hier und natürlich die helligkeit ist auch klar kann man anpassen ja ich möchte jetzt gar nicht so lange hier rum machen ich werde jetzt einfach die zweite ebene von oben markieren werde farben farbton sättigung ziehe einfach mal hier die sättigung nach oben und bei der helligkeit sieht man hier oben wie man verfahren kann wird es noch ein bisschen mehr dynamisch gleich so und bei der oberen ebene war ich das genau so nehme ich hier farbton sättigung schauen wir mal vielleicht so 7 und ziehen wir hier auch ein bisschen die sättigung nach oben und der himmel passt sich halt dementsprechend an da könnt ihr jetzt hier arbeiten mit den spiegelungen und so weiter und ich finde da haben sich die gemik leute wieder einen guten guten filter einfallen lassen ich jedenfalls finden gut mache hier auf ok rechte maustaste sichtbare ebnen vereinen und jetzt können wir mal das original anschauen ja und hier unser bearbeitetes bild mit den luminanz masken ich habe das jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben aber das war einfach auch eben um zu zeigen ihr macht es natürlich wesentlich besser und schöner als ich das ist ja ganz klar ihr nehmt euch wesentlich mehr zeit und ihr könnt zehn ebnen machen oder 100 ebnen oder wie auch immer ja und dazu bietet sich eben dieser filter an hier die mic 2 ist luminosity ok so abbrechen gut wenn euch mein drittes landschafts tutorial dass ich jetzt hintereinander gemacht habe gefallen hat ja gibt mir doch einfach bitte einen daumen nach oben vielleicht möchtet ihr mir kommentar schreiben und für die neuen menschen her gekommen sind ja lasst mir doch einfach ein abo da das würde mich sehr freuen und wäre eine anerkennung für meine arbeit geht einfach mal auf meinem kanal vorbei da gibt es eine menge zu sehen und ja herzlichen dank ja bis zum nächsten mal und ja bei ein Vielen Dank.